Musik Suchen Sie einen strapazierfähigen und nachhaltig produzierten Fußboden aus Massivholz, der fürs Leben gemacht wurde, bei dem die Bäume aus der Region stammen und vor Ort verarbeitet werden. Dann könnte Sie das Konzept des Holzbodenwerks in Michelsneukirchen interessieren. Wir verarbeiten Buge, Eiche, Esche, Pappeln und Kirsche. Nur Holz aus der Region, vom Rundholz bis zum fertigen Packet. Was ist das Besondere an dem Fußboden mit einem patentierten Klingensystem? Nun, es ist eine clevere Lösung, um Ihren Massivholzboden schwimmend zu verlegen, also ohne Leim, Nägel oder Schrauben. Und so einfach geht das. Das erste Paneel erhält Holzklötze als Abstandshalter. Danach erfolgt die Verlegung der weiteren Paneele. Für den notwendigen Heizungsschluss sorgen dann die stabilen Spannklammern. Das fertige Ergebnis ist ein spaltfreier Fußboden, der besonders strapazierfähig ist und sich sogar für den Einsatz mit Fußbodenheizung oder in der Küche eignet. Der Boden ist wirklich sehr strapazierfähig. Der verträgt es sogar, wenn man mit nassen Schuhen und mit Haustieren von draußen reinkommt. Ökologische Bauweise beginnt hier schon bei der Verarbeitung des Holzes. Das besondere Augenmerk gilt der Wiederverwertung der Rohstoffe. So werden Abfallholz und Sägespäne, so Pellets oder Hackschnitzel verarbeitet oder für die Beheizung des Holzbodenwerks eingesetzt. Und wie wird so ein Fußboden mit dem Klingensystem nun hergestellt? Vereinfacht wird das Rundholz in Bretter geschnitten. Danach erfolgt deren Trocknung an der Luft oder in einer Kammer auf Wohnraumfeuchte. Die weiteren Arbeitsschritte lassen aus dem Rohenholz das fertige Langholzpaket entstehen. Hierzu sind viele Arbeitsschritte nötig, die ausgebildetes Fachpersonal erfordern. Musik Wenn Sie einen nachhaltigen, hochbelastbaren Fußboden im Massivholz aus der Fläche bringen, in der Region suchen, dann besuchen Sie doch mal die reichhaltige Ausstellung vom Holzbodenwerk in Michelsneukirchen. Denn hier werden Sie vom Erfinder beraten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin. Musik Das kann ich Ihnen alles schicken. Musik 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 Musik